hallo meine lieben willkommen zurück zu dawn of man derzeit im baurausch also richtig im baurausch wir versuchen so richtig hier die mauern fertig zu kriegen unseren schutz gegen radar unser schutz muss stehen der megalit hier genau an unsere an unserem dorf den sehe ich jetzt ja erst der muss auch mal freigelegt werden ein händler ist wieder da ein bisschen nahrung das ist immer gut fürs leder brauche ich nicht bisschen stroh 30 so Ah, wenn wir nochmal draufklicken, hat er das wieder. Das ist interessant. Kleiner Bug vielleicht auch. Das war's für heute. Auch hier, wir glauben es vielleicht nicht, aber auch hier müssen Mauern gezogen werden. Und dafür brauchen wir Holz. Da wir kein Holz mehr haben, müssen wir Bäume fällen. Ich lasse hier ein paar Bäume. Oh, da ist einer an Altersschwäche gestorben. Der Erste, der an Altersschwäche stirbt. Verrückt. Ich lasse hier ein paar. Zwei Ziegen wurden geboren. Cool, das ist jetzt selbsterhaltend. Bäume stehen, ein paar Bäume stehen, um den Satz mal zu Ende zu bringen, damit es etwas schöner aussieht. Das ist hier einigen bestimmt schon aufgefallen. So, die Hütten stehen. Die hier noch nicht. Es fehlt an Dreck, an Matt. Kein Wunder, dass wir nicht alle Leute haben. Also, dass wir mehr Leute als Platz haben. Das ist nicht gut. Gar nicht gut. Das Lager ist fast voll. Das hat eine Menge von Füllung. Das nicht. Oh, and not enough stable space. Oh, wir haben es in der Granary. Er hat Preserve for Food. Das wäre da doch schön. Und da kommen jetzt auch noch was Staples hin. Währenddessen diese Hütte fertig geworden ist. Oder? Not enough stable space. Das ist ja auch vor allem, weil wir nicht so viel Schlamm haben. Das ist echt mega nervig. So, jetzt aber. Ah, die bauen die Granary, also Nahrungslager. Sehr gut. Und es ist wieder ein Händler da. Der kommt echt oft. hat er irgendwas Sinnvolles für uns. Bögen. Weben. Die Kunst des Webens. Da muss ich es nicht ausgeben. So, jetzt können wir das. Perfekt. Jetzt muss ich es nicht ausgeben. Jetzt haben wir das. Und können es auch produzieren alles. Produktion. Wir haben jetzt noch nicht mal die Mine. Wir haben noch nichts davon. Wir müssen jetzt mal langsam erst mal davon was bauen. Ich möchte mich halt erst mal auch schützen. Auch ganz wichtig. Stonehenge müssen wir auch irgendwann bauen. Vielleicht hier so. Ich weiß es nicht. Oder hier. Der Baum hier muss weg. Der auch. Der auch. Alle weg. Außer der. Der bleibt stehen. Hackt hier gerade einer? Ah, not in the stable space. Aber das Haus entsteht ja gerade. Perfekt. Das heißt, dann haben wir wieder auf jeden Fall Platz für unsere Tiere. Jetzt zumindest. Ein bisschen Nahrung können wir uns eigentlich mal wieder ranholen. Da jagen wir den. Ruhig mal das. Tierchen. Oh, 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 oh. So ein Mammut wäre mal wieder cool, ne? So ein Mammut jagen. So ein Mammut zähmen. Geht bestimmt nicht. Das wäre auch ziemlich verrückt. Wenn wir das hier rum verbinden, dann sind wir an einer Seite schon mal so weit safe, dass wir alles verbinden können. Auch wenn es erstmal nur ein Bauauftrag wäre. So. Die beiden Bäume müssen weg. Dann können wir es verbinden. Und dann noch das Stück. Oh ja. Ich sehe hier eine große Ortschaft draus werden. Die, ah, wir sind schon richtig weit, ne? Nicht schlecht. Und hier ist doch auch ein Tierchen unterwegs gerade. Ein Ibex. Die Hütte ist noch nicht fertig, weil sie noch nicht genug Matt hat. Und wir haben keine Flints mehr. Oh, oh. Sechs Holz. Den Weg. Den Weg zur Mine. Da fällen wir mal alles. Ich glaube, nach diesem Winter, wenn er gleich vorbei ist, wachsen eh wieder neue Bäume überall. Mal gucken, wo. Ist nämlich gleich vorbei. Dauert nicht mehr lange. Und wir haben einen fiesen Sturm. Unsere Tiere haben sich versteckt. In den Ställen. Boah, das sieht immer so krass aus, wenn die Blitze einschlagen. Ein bisschen was ist gewachsen. Hier, hier, hier. Jäger wieder rausgeschickt. Oh, eine, eine Ziege wurde geschlachtet. Weil sie anscheinend das Alter erreicht hat. Oder über die Population ging. Noch eine. Ah, so sieht die Mine aus. Holy hole. Das Loch. So, das Ding müssen wir eigentlich auch mal upgraden. Nur so viel Matt haben wir hier nicht. Oh, ein Karren ist kaputt gegangen. Okay. So, jetzt ist bestimmt immer irgendwie mal jemand damit beschäftigt. dieses Zeug zu sammeln. Das ist doch etwas nervig, wenn wir ihn davon nicht genug haben. Das stört etwas. Flints werden jetzt gesammelt. Wir haben noch zwei. Perfekt. Hier oben schließt sich bald die Lücke. Und dann nur noch hier. Hier rum. Hat der Trader Holz? Nö. Aber er hat Kleidung. Ich möchte gerne Kleidung kaufen. Und können jetzt, da wir Flints endlich rausholen, können wir endlich die Flint Spears herstellen. Durchgehend. Das ist super. Und das sieht doch richtig schick aus, oder? Findet ihr nicht? Also ich finde das... Die Siedlung macht was her. So, jetzt haben wir hier ein paar Bäume bekommen. Die hier hinten. Alles erstmal fällen. Ich möchte, bevor wir jetzt in Richtung Eisenproduktion gehen und unser Wissen da oben nutzen, möchte ich erstmal unsere Verteidigung fertig wissen. Da bin ich zufrieden. Schützen wir uns auch gegen wilde Tiere. Auch nicht so schlecht. Hier fällen sie auch schon. Perfekt. Und ich möchte auch in die Richtung öffnen. Ah, das Tor entsteht schon. Sehr gut. Hier oben noch. Ein bisschen. Und dann steht hier die Verteidigung. Eigentlich ist es jetzt ein großer Bauauftrag. So sieht das dann aus. Das ganze Dorf. Wir haben viel Wald umrum schon abgeholzt. Könnten hier auch nochmal mehr Brücke rüber bauen, dass wir hier besser rüber können. Und müssen dann anfangen, bald unsere Siedlungen zu modernisieren. Und so ein Stonehenge als spirituelle Städte. Hier so. Wäre auch klasse. Oder etwas erhöht. Hier so. Wie viel braucht der? Sechs. Das kriegen wir hin. Einer ist schon da. Wie sieht Megalith aus? So Steinern. Der hier. Ist das einer? Ja. Eins, zwei, drei. Hätten wir somit. Vier. Ich glaube, hier ist auch noch einer. Fünf. Ja, wir kommen schon auf sechs. Also das schaffen wir. Das wäre doch gelacht, wenn wir das nicht packen würden. Und ich könnte das jetzt hier erforschen. Könnte aber 7, 14, 1, 28. Ich könnte, glaube ich, alles erforschen im Neolithik-Zeitalter. Und dann könnten wir endlich andere Sachen anpflanzen. Ich glaube aber kaum das... Wir machen das jetzt einfach so. Ich glaube, ja. Oha. Variationen. Variationen. Oh, hier. Das sieht nicht gesund aus. Ich glaube, ja. Ich glaube, das ist nicht gesund. 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 Die inneren Felder müssen wir eh irgendwann abreißen. Und hier werden wir ganz viel anpflanzen. Hier kommen unsere Felder schlussendlich hin, vor die Haustür, dann wird alles reingetragen. Und hier auch. Das läuft richtig gut gerade. Jetzt sehen wir mal, wie die Bäume fallen. Und die Bäume liegen. Perfekt. Holz für den Show 2. Ob das auch eine Errungenschaft ist, wenn man das alles mal so im Kreis zusammenbaut? Ob das das Spiel registriert? Oh, ein Trailer ist da. Ein paar Flint-Äxte nehme ich mal. Wie viel Mat haben wir? 11. Dann können wir tatsächlich 4, 8, 12, können wir 2 updaten. 2 Häuser werden jetzt schicker aussehen gleich. Und unsere Mauer entsteht. Und hier oben ist immer noch nicht, ey, das war es priorisiert. Das kann ja wohl nicht sein. Der hier. Führt das Ding hoch. Macht er das jetzt? Ja. Weil, also, es kann ja nicht sein, dass diese Lücke die ganze Zeit existiert. Das hat mich etwas gestört. Geht es euch auch so? Bei solchen Kleinigkeiten. Das nervt manchmal, ne? Ich versuche das trotzdem mir auch so schön wie möglich zu bauen. Das ist nicht immer... Oh, ja. Oh, ja. Das habe ich gesucht. Und auch noch mal so ein Cave Bear. Die haben alle schlechte Gesundheit, warum auch immer. Los, meine Jäger. Holt es euch. Raus mit euch. Raus mit euch. Boah, ist der groß. Oh. 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 Ich dachte schon. Der hat den Bären bezwungen. Und hier wird auch gekämpft. Auch erwischt. Haha. Klasse. Bringt viel Nahrung, die Kerlchen. Die, die werden viel Nahrung einbringen. So, ihr seht, die Gebäude hier sind auch fertig. Können wir hier was upgraden? Ne. Nö. Aber die Lagerhäuser bald dann. Und die anderen Wohnhäuser. Die können geupdatet werden. So ein Lagerhaus Upgrade kostet acht. Much. Und derzeit haben wir zwölf. Ja. Für dann. Dann. Macht mal aus dem Lager ein wirklich tolles Lager, hm? Und die recyceln gerade. Und die recyceln gerade. Geschafft. Erfolgreich. Erfolgreich. Erfolgreich die Raiders zurückgeschlagen. Und dadurch Erfahrung erhalten. So. Und da wir ja hier. Da wir ja hier schlussendlich, äh. Na, den lassen wir stehen. Viele Felder anlegen wollen. Müssen wir hier auch die Bäume entfernen. Oh, ein Schwein. Da ist es. Unser erstes Schweinchen. We are low on Knives. Sehr gut, dass die Bäume entfernt werden. Oh, Knowledge, Knowledge, Knowledge. Ey, 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 ey. Das geht echt voran. Wir haben jetzt 51 und haben gerade die Errungenschaft kontinentale Siedlung bekommen. Wie sind denn die Stats unserer Siedlung? Das müssen wir noch mal kurz schauen. Das sind die Tags, ne? Milestones. Ah ja. Oh, Prestige haben wir schon. 218 von 1000. Nicht schlecht. Okay, Leute. Im nächsten Video geht es weiter. Dann versuche ich mich einerseits an weiteren Feldern hier auf der Seite und an Stonehenge. Und an Messern, wie es aussieht. Und dann sehen wir uns wieder. Also macht's gut. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.